Musik Susanne Gietel Mark Schlumberger gewann 2003 einen Echo. Doch bei The Voice of Germany will er von vorne beginnen. Kraft dazu tankte auf seinem eigenen Bauernhof. Ein BZ-Besuch. Mit seiner Ein-Mann-Gruppe aus Schlagzeug, Megafon und Gitarre überzeugte Mark Schlumberger 43 alias Mellow Mark and The Voice of Germany. Donnerstag 20,15 Uhr, pro sieben Jury BZ besuchte den Sänger auf seinem Bauernhof in Belitz. Dort wohnt er mit Frau Marie am 29, zwei Kindern, vier und sieben, drei Freunden und deren Kindern. Auf dem Hof ist immer was los, sogar Pony-Riden. Dort angeboten, Schlumberger zur BZ, ich liebe Pferde und ihre heilsame Energie. Ich reite selber aber kaum. Für Ponys bin ich zu schwer. Er würde gerne mehr reiten, erzählt. Er, auf Idee mit dem gemeinsamen Bauernhof kamen Freunde von ihm. Für den Sänger haben Ponys und Pferde heilsame Energien. Foto Stephanie Herbst seit fünf Jahren wohnt Schlumberger mit seiner Familie dort in einer kleinen Mietwohnung. Den Garten mit Pool, Liegestuhl und Hollywood-Schaukel mit Blick auf Koppel nennt der Musiker liebevoll, Reggiehausen. Mehr braucht er nicht. Deswegen steht Echo Trophäe, er 2003 gewann, aus Platzgründen im Keller. Unter dem Namen Mellow Mark wurde Schlumberger zum Reggie-Star. Doch für The Voice of Germany möchte er sich nicht auf altem Rum ausruhen. Und tritt deshalb mit seinem bürgerlichen Namen an. Ich starte von null, kommentiert er. Stolz präsentiert Marc Schlumberger vier frisch gelegte Eierfotos. Stephanie Herbst als Mellow Mark tue er immer noch durchlande. Wenn er wieder nach Hause kommt, dann schätzt er Ruhe auf dem Hof. Bis 2014 hatte der Sänger noch lärmige Mitbewohner. Da hatten wir noch Schafe, aber sie waren zu laut und mussten wieder gehen. Wer sich auf dem Hof umsieht, der versteht, wovon der Musiker spricht. Auf der Pferdekoppel ist es ganz still. Wenn der 43-Jährige zu Hause in der Sattelkammer probt, dann hören dem Musiker vier Ponys und ein Pferd zu. Doch bei The Voice of Germany waren es vergangenen Sonntag 3,77 Millionen.